Ihr probiert schon länger schwanger zu werden und es will einfach nicht klappen? Das Thema unerfüllter Kinderwunsch ist einer der emotional belastendsten Themen und es ist vor allem ein Aspekt in der Kinderwunschbehandlung, der häufig missachtet wird und das ist die Nährstoffversorgung. Mein Name ist Tobias von Knupp und Liehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit und in diesem Video schauen wir uns einmal die Nährstoffe an, die mit Fruchtbarkeit und Empfängnis zu tun haben und auf die ihr euch konzentrieren solltet. Grundsätzlich sind hierbei zwei Gruppen an Nährstoffen besonders wichtig, das sind einmal die Spurenelemente und die fettlöslichen Vitamine. Bei den fettlöslichen Vitaminen sind es vor allem die Vitamine A, D und E, die für eine gute Fruchtbarkeit wichtig sind. Da diese Vitamine tatsächlich im Körper eigentlich eher wie Hormone fungieren, kann es sein, wenn du da einen Mangel hast, dass deine Fruchtbarkeit eingeschränkt ist. Vitamin A findest du vor allem in tierischen Produkten. Hier wären zum Beispiel einmal Eier, Butter, Käse oder auch Kabeljauöl zu nennen. Vitamin E befindet sich vor allem in Nüssen und in Samen. Und Vitamin D bekommst du durch ein gesundes Maß an Sonnenlicht. Bei den Spurenelementen sind vor allem Zink und Jod besonders wichtig, weil sie Enzyme aktivieren, die für die Eiweißbildung, also die Proteinsynthese, wichtig sind. Und das ist letztendlich eben der Baustoff für neue Zellen und neues Gewebe. Insgesamt macht es auf jeden Fall Sinn, die Blutwerte einmal ausführlich kontrollieren zu lassen, da dies tatsächlich häufig nicht in aller Sorgfalt getan wird. Und da würden wir empfehlen, den Fokus dann vor allem auch nochmal auf Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zu legen. Falls du das Gefühl hast, mit deiner Ernährung und mit deiner Sonnenlichtexposition nicht auf einen grünen Zweig zu kommen, dann kannst du diese Nährstoffe natürlich auch supplementieren durch Nahrungsergänzungsmittel. Unsere Empfehlung packen wir dir einmal unten in die Videobeschreibung, da kannst du gerne im Anschluss des Videos einmal vorbeischauen. Und ansonsten freuen wir uns riesig, wenn du uns unterstützt, ein Like und ein Abo dalässt. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.